Frau Borhiker, Sie sind Chefermittlerin im Cum-Ex-Skandal. Sie beschäftigen sich damit seit 2013, ermitteln mittlerweile gegen mehr als 1700 Beschuldigte und es sind die ersten rechtskräftigen Urteile gesprochen worden auf Basis ihrer Ermittlungen. Trotz all dem haben Sie sich jetzt entschieden, die Staatsanwaltschaft zu verlassen. Wie ist es dazu gekommen? Ja, ich habe in den letzten zehn Jahren, als ich mit den Cum-Ex-Ermittlungen schwerpunktmäßig beschäftigt war, bemerkt, wie schwer es ist, ausreichend Unterstützung für die Cum-Ex-Aufklärung zu bekommen. Und das lag jetzt nicht daran, dass Behörden oder die Politik das Thema nicht verschwanden haben. Und es ist ja auch unmittelbar eindeutend, dass bei diesen enormen Schäden, die da entstanden sind, die gehen ja wirklich in die Milliarden, eine effektive Strafverfolgung angezeigt ist und es sich auch lohnt, die Steuern wieder zurückzuholen. Trotzdem war und ist es so, dass es keine zentrale Zuständigkeit gibt, keine Bündelung von Ermittlungen. Es bleibt bei einer Zersplitterung der Zuständigkeiten und es war auch nicht so, dass die Politik da einen Schwerpunkt gesetzt hat. Also um das für mich zu verstehen, Sie sagen, es gibt in Deutschland Defizite, die Strukturen sind nicht so, dass Sie es mit dieser Form von Finanzkriminalität aufnehmen können? Ja, genau. Also ich war immer mit Leib- und Seele Staatsanwältin, gerade im Bereich von Wirtschaftskriminalität, aber ich bin überhaupt nicht zufrieden damit, wie in Deutschland Finanzkriminalität verfolgt wird. Da geht es oft um Täter mit viel Geld und guten Kontakten und die treffen auf eine schwach aufgestellte Justiz. Und dann kommt es eben oft dazu, dass Sie sich aus den Verfahren schlicht rauskaufen können. Das ist wirklich ungerecht und ist auch wichtig die Gefahr, dass einfach die Allgemeinheit das Vertrauen in den Rechtsstaat verliert. Und ich finde, dass angesichts dessen, was allein schon aus dem Bereich von Cum-Ex für Steuerschäden bekannt sind, Das ist einfach ein Thema, was sich hier ändern muss. Da müssen wir besser werden. In Zeiten knapper Kassen wäre es doch besser, wir kürzen viele der Cum-Ex-Verfahren ab. Wir schließen Vergleiche mit den Banken, sprich Einstellung gegen Geldbuße. So kann man viel schneller das Geld zurückholen und spart sich dann vielleicht diese langen, mühsamen Verfahren. Was sagen Sie zu dieser Sichtweise? Also ich kann mir nicht vorstellen, wie man das umsetzen will bei den Rahmenbedingungen, die wir bei den Cum-Ex-Ermittlungen vorfinden. Es geht um enorme Schadenssummen. Die sind im zwei- bis dreistelligen Millionenbereich, manchmal im Milliardenbereich. Das ist ein Bereich, der eine Einstellung wegen geringfügiger oder mittlerer Schuld erstmal auf den ersten Blick nicht zulässt. Das Zweite ist, bei den sogenannten Deals kriegt man meistens ja nicht die volle Summe zurück. Also wenn es hochkommt, mal die Hälfte, aber auf gar keinen Fall den vollen Betrag. Und das ist ja absurd, warum sollten wir uns da ausnehmen lassen wie eine Weihnachtsgans? Jetzt stehen halt eben noch viele andere Banken an, große Banken, auch ausländische im Ausland. Und die Frage ist schon, bei dieser Zahl auch der Beschuldigten, haben Sie sich da vielleicht doch auch ein bisschen übernommen mit diesem breiten Ansatz? Wir haben ein Legalitätsprinzip. Das ist keine strategische Entscheidung zu überlegen, ob man als Staatsanwalt eine Straftat verfeuchtet oder nicht. Man muss das tun. Wenn man es nicht tun würde, wäre Strafvereidigung im Amt. Dass wir natürlich auf so ein Geflecht gestoßen sind, das ließ sich jetzt damals ehrlich gesagt auch gar nicht absehen. Und besteht nicht jetzt die Gefahr, wenn Sie ausscheiden, dass vielleicht gerade das sich bewahrheiten könnte, dass eben Beschuldigte die Chance bekommen werden, sich eher herauszukaufen aus den Cum-Ex-Ermittlungen? Also bei der Staatsanwaltschaft Köln mache ich mir da eigentlich keine Sorgen, weil es uns in der letzten Zeit ja gelungen ist, das Team erheblich zu vergrößern. Wir haben viele junge, engagierte Staatsanwälte und Staatsanwältinnen gewinnen können, die ermitteln und Anklagen schreiben und die Täter vor Gericht bringen. Sie machen jetzt seit mehr als elf Jahren Cum-Ex, aber sind ja wesentlich länger schon Staatsanwältin. Jetzt haben Sie diesen Entschluss gefasst. Wie schwer ist Ihnen das zu fallen? Ja, das ist natürlich immer eine Entscheidung, die man nicht einfach aus der Hüfte heraus trifft, sondern man muss es natürlich auch, oder ich habe es auch lange überlegt und abgewogen, wo ich mich besser einbringen kann. Und ich habe den Eindruck, dass wir eben deutschlandweit wirklich was tun müssen und besser werden müssen im Bereich der Finanzkriminalität. Und das finde ich schon sehr wichtig, dass auch, sage ich mal, im Sinne der Demokratie, dass wir wissen, was da los ist und dass wir uns auch einbringen können und dass die Allgemeinheit auch ihre Interessen vertreten kann, wenn es um Milliarden Schäden geht. Was sind denn aus Ihrer Sicht hier in Deutschland die größten Defizite, wenn Sie sagen, Finanzkriminalität kann so, wie es jetzt gerade ist, offenbar nicht wirksam genug bekämpft werden, selbst aus Sicht einer Staatsanwältin, die von der FAZ mal als die mächtigste Staatsanwältin der Republik bezeichnet wurde. Ja, also verschiedene Aspekte fallen mir da ein. Ich würde gerne als erstes dafür einstehen, dass die Justiz deutschlandweit besser aufgestellt wird im Kampf gegen Finanzkriminalität. Die Ex-Ermittlungen liefen auch erst recht schleppend an, weil wir nicht genügend Personal hatten anfänglich. Know-how fehlte, gute Zusammenarbeit fehlte. Und diese Strukturen können verbessert werden, sollten verbessert werden. Ansonsten bleibt es bei dem Grundproblem, dass Täter mit viel Geld und Einfluss auf eine schwache Justiz treffen, die dem nicht Herr werden kann. Und das spielt natürlich den Tätern in die Hände, die über ganz viel Vermögen verfügen, ganz viel Geld für teure Anwälte, das spielt denen in die Hände. Dem kann man nichts entgegensetzen. Und das führt dann genau zu diesem Befund in diesem Bereich, die kleinen hängt man, die großen lässt man laufen. Was waren für Sie die Herausforderungen? Ich meine, als Person waren Sie ja schon auch exponiert in gewisser Weise, als Hauptabteilungsleiterin, als diejenige, die die ersten wichtigen Anklagen geschrieben hat und im Gerichtssaal war. Herrschte da auch Druck von extern auch? Können Sie uns das beschreiben? Ja, die Gerichtsverhandlungen sind ja öffentlich. Das heißt, man konnte dem Spektakel ja beiwohnen. Da hat es viel Konfliktverteidigung gegeben, die dann oft so ausgestaltet, dass sie einen auch persönlich direkt angreifen. Das beinhaltet auch Strafanzeigen, Dienstaufsichtsbeschwerden, ja auch Pressearbeit, die dann gegen die Person gerichtet ist. Das sind so Mittel, die Staatsanwälte im Bereich der Wirtschaftskriminalität spüren. Also das sind natürlich so die unangebenden Seiten eines Staatsanwaltsdaseins, aber das sind wir auch alle ein Stück weit gewohnt und können wir auch eigentlich grundsätzlich mit umgehen. Ich kann mir aber vorstellen, gerade bei solchen konfliktreichen und aufwendigen Ermittlungen muss es auch intern stimmen. Wie sah das denn bei Ihnen im Haus aus? Wurden Sie hinreichend unterstützt aus Ihrer Sicht, um diese Ermittlungen führen zu können? Also das gehört zu einem Bereich der Internos, über den ich nicht sprechen darf. Es ist ja nicht alles sozusagen nicht öffentlich. Also im vergangenen Herbst gab es ja durchaus auch Berichterstattungen, wo es Pläne gab vom NRW-Justizminister Benjamin Limbach von den Grünen, der geplant hatte, Ihnen noch eine weitere Hauptabteilungsleitung zur Seite zu stellen, sodass im Grunde genommen die Hauptabteilung geteilt worden wäre und die Hälfte der Fälle wäre dann bei Ihnen verblieben, die andere Hälfte bei dem neuen, angedachten Kollegen. War das damals mit Ihnen eigentlich abgesprochen? Also ich war über die Pläne, meine Hauptabteilung aufzuspalten, schon sehr überrascht. Ich habe das damals auch nicht als die Unterstützung verstanden, als die es gedacht gewesen sein sollte. Aber es hat im Nachgang ja auch Gespräche gegeben, auf Ebene auch des Ministeriums. Und in diesen Gesprächen hat der Dr. Limbach sich ja ausdrücklich dazu bekannt, die Comex-Ermittlungen zu stärken und hat auch tatsächlich trotz knapper Kassen nochmal vier Stellen spendiert, muss man wirklich sagen, an der Stelle. Herr Limbach hat ja damals argumentiert, dass halt diese große Aufgabe, dieses Mammutverfahren, dass das auch auf mehrere Schultern verteilt werden sollte. Das war ja auch so sein Gedanke. Hatte er damit einen Punkt? Also ich habe es jetzt zunächst nicht als Unterstützung empfunden. Hat Ihre Entscheidung, die Staatsanwaltschaft zu verlassen, auch damit zu tun, was in der Presse zumindest auch als Entmachtung aufgefasst wurde? Nein, das ist ja so nicht umgesetzt worden. Sondern ganz im Gegenteil, der Apparat ist ja gestärkt worden, sodass ich denke, dass er jetzt auch weiterhin gut abliefern wird und meine Kollegen weiterhin gut an diesen Fällen arbeiten werden. Wenn man diesen Bereich weiterhin so unterstützt wie bisher, dann wird das auch weiterhin so laufen. Dann mache ich mir gar keine Sorgen. Wenn ich jetzt versuchen würde, mir vorzustellen, auf einer Skala, wo wir stehen bei der Aufarbeitung, könnten Sie das sagen? Also von 1 bis 10, was haben wir jetzt schon aufgeklärt? Und was steht da noch an? Ja, ich kann mich natürlich jetzt nur auf die Dinge beziehen, die auch öffentlich bekannt sind, weil ich über dienstliche Umstände nicht sprechen darf. Aber die Durchsuchungsmaßnahmen, die sind öffentlich auch berichtet worden. Also es ist ja auch viel darüber gesprochen worden, dass wir eben im Bereich der Warburg-Bank sowohl durchsucht haben zweimal, als eben auch eine ganze Reihe von Anklagen verfasst haben. Also da muss man sich vorstellen, dass man da wirklich hunderte von Kartons rausträgt. Und da sind regelmäßig auch große Datenmengen zu bewältigen. Gleichzeitig verfügen wir natürlich auch über andere Ermittlungsmethoden als früher, die Möglichkeit, auch digital Daten zu durchsuchen. Das ist eben nicht vergleichbar mit Fällen, wo es um drei Täter geht und um ein Jahr, was man betrachtet. Wir betrachten ja regelmäßig 15 Jahre und hunderte von Tätern. Also das sind sehr große Dimensionen und die brauchen einfach ihre Zeit.